Video Friends, sind die Flex hier. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Sixpack Workout à la Goku. Alles was ihr dafür braucht sind 10 Minuten und viel Motivation. So, in diesem Workout werden wir die seitliche Bauchmuskulatur trainieren, aber auch die obere, untere und mittlere. Wir werden sozusagen verschiedene Übungen einsetzen. So, warum ist eine stabile Bauchmuskulatur wichtig? Zum einen wird die Rumpfstabilität erhöht, wodurch man dann besseres Kreuzheben oder auch Squats bzw. Kniebeugen durchführen kann. Besonders bei Kniebeugen und Kreuzheben ist es wichtig, stabil zu bleiben, um das Gleichgewicht zu halten. Zum anderen könnt ihr die ein oder andere Dame in euren Keller locken und sie einsperren. Cringe it in, motherfuckers! So, probiert das Workout gerne aus und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr noch Workouts für andere Muskelgruppen wollt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Eure Kommentare lese ich natürlich alle. Nicht so wie der ein oder andere YouTuber. Ist ja nicht so, dass ich nur 5 Kommentare habe. So, ich will gar nicht lange rumlabern. Gehen wir direkt ins Studio und zerstören die Apps. Moment mal. Wir gehen noch nicht ins Studio bei einem Goku-Workout. So, wir machen es, wie es Goku tun würde. Okay, weit bin ich jetzt durchgekommen. Okay. Okay, weit bin ich jetzt durchgekommen. Okay, weit bin ich jetzt durchgekommen. Okay, weit bin ich jetzt durchgekommen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.